Herzlich Willkommen Leute zu einem neuen Video. Heute testen wir eine Salute Batterie am Tag beziehungsweise in der Dämmerung, nämlich die Utzi von der Firma Pure Factory Fireworks. Die NEM beträgt 112 Gramm, dauert 15 Sekunden und hat 16 Schuss. Hier nochmal von der Seite. Ja und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Batze. Okay jetzt die Utzi, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.